Die Bildhauerin Marc Moll zählte zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den wichtigsten europäischen Künstlerinnen. Sie wurde 1907 in Paris die Schülerin von Henri Matisse und entwickelte sich schnell zu einer einflussreichen Pionierin der modernen Skulptur. In ihrem Werk mit dem Titel »Stehende« aus dem Jahr 1929 zeigt sich Molls visionäre Auffassung von der Formgebung. Deutlich ist hier bereits ihr Interesse für die abstrahierende Darstellung erkennbar. So gelingt es ihr, mit nur wenigen Details den Frauenkörper zu definieren. Durch die stark stilisierten Proportionen ergibt sich viel Raum für große und glatte Flächen. Mit ihrer komprimierten Linienführung und der matt-goldenen Oberfläche der Bronze strahlt diese Skulptur eine zeitlose Eleganz aus. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand ziseliert, poliert und patiniert. In einer limitierten Auflage von 199 Exemplaren ist sie exklusiv bei Asmundi erhältlich. Und das ist eine große Herausforderung. genuinely ist diese große Herausforderung. Diese hochwertige Skulptur aus Fr.